hallo und einen wunderschönen guten morgen facebook das läuft bei instagram läuft auch alles super sehr sehr schön hallo und herzlich willkommen zum heutigen thema cbd öl für hunde das ist ja ein thema was sehr sehr groß ist und wo man immer wieder pros und kontras dafür hört und deswegen habe ich mir gedacht greifen wir dieses thema heute mal auf und ich möchte dir auch zeigen was cbd öl eigentlich kann und wie du es bei deinem tier einsetzen kannst und ja wenn du magst schreibt gerne mal in den chat rein auch wenn du dir das video hinterher anguckt ob der cbd öl schon mal eingesetzt hast ob du schon erfahrungswerte davon hast und ja alles was du darüber berichten kannst und wenn du fragen hast wie gesagt jederzeit immer wieder melden ich möchte dir wie gesagt heute erzählen wie es wirkt wann ich es eingesetzt habe ich möchte dir von meinen erfahrungswerten erzählen bei meiner hündin und einem ja auch wie du es also praktisch bei deinem hund einsetzen kannst bevor wir starten die hand pflanze ist ja sehr sehr vielseitige pflanze also das ist wirklich wahnsinn was man damit alles machen kann es ist nicht nur in der medizin einsetzbar kann ich sagen kann man natürlich essen und dann aus daraus nahrung herstellen hanf fasern sind an sich aber auch extrem stabil und man kann es wirklich auch zum bauen verwenden in der autoindustrie werden da auch schon tests mitgemacht und es ist wirklich eine sehr sehr interessante pflanze an sich und ja man hat aber teilweise immer so ein bisschen die angst ob da irgendwelche nebenwirkungen auftreten ja weil es gehört ja eigentlich man kennt hanf eben eher nur aus dem bereich thc mit der psychoaktiven wirkung und da kann ich dich aber schon mal beruhigen das macht das cbd öl definitiv nicht ja das kann abidiol ist ein kann abit aus der kanadepis pflanze also aus der hand pflanze und es hat sehr sehr viele wirkungen beziehungsweise effekte sagen jetzt mal so man muss ja immer so ein bisschen aufpassen was man sagt wenn das um cbd öl geht ich muss mich da heute vielleicht auch so ein bisschen querbeet sprechen wir gucken mal aber das kriegen wir schon hin aber wie gesagt du musst dir da wirklich überhaupt keine gedanken machen ja wo beziehungsweise wie wirkt denn das cbd öl im körper das möchte ich dir einmal sagen kann abiduide docken an den cb1 und cb2 rezeptoren an jetzt fragst du dich vielleicht wo sind diese rezeptoren das möchte ich dir einmal kurz erzählen die cb1 rezeptoren findet man im zentralen nervensystem ja da haben die cb1 rezeptoren die aufgabe die über oder unter aktivität von neurotransmittern von den bodenstoffen zu regulieren beziehungsweise auszubalancieren und diese bodenstoffe sind zum beispiel serotonin dopamin glutamat und auch noradrenalin ja und hauptsächlich hauptsächlich finden wir diese cb1 rezeptoren klein hier am hippocampus und auch an dem basal gang gehen aber auch im peripher nervensystem also in den nervensystem wo unter anderem der darm auch dazu gehört auch da kann man diese cb1 rezeptoren nachweisen wie gesagt die forschung steckt da auch noch in den kinderschuhen da muss man sich auch immer noch so ein bisschen gedulden aber es kommt immer mehr und man hat da immer bessere ergebnisse und die cb2 rezeptoren die findest du oder findet man an den zellen des immunsystems ja also du siehst dass die das cb2 öl doch sehr sehr vielseitig beziehungsweise vielseitig wirken kann und andocken kann wie habe ich cb2 öl eingesetzt bei meiner hündin so ich muss mich kurz einmal anders setzen irgendwie ist das heute alles ein bisschen und rund aber jetzt ist es besser cb2 öl habe ich bei meiner hündin anfangs eingesetzt um sie ein bisschen entspannter zu bekommen das heißt jetzt nicht dass ich die hunde hinlegen und schlafen aber sie ist doch immer sehr gestresst in manchen situationen und auch ängstlich und nervös und da habe ich das eingesetzt und hat da wirklich gute erfahrungen gemacht weil sie einfach entspannter war sie war besser ansprechbar wir konnten besser durch gewisse situationen hindurch und das hat uns schon mal sehr sehr stark geholfen und dann habe ich das bei ihr auch noch unterstützen natürlich zur bei einer entzündung und auch zur schmerzlinderung eingesetzt ja also da kann ich dir aus meinen erfahrungswerten sagen funktioniert das auch sehr sehr gut ein kleiner hinweis nur an dich wie es sowieso allgemein immer sein sollte kein tier kein lebewesen auf der welt sollte schmerzen erleiden sollte eine erkrankung erleiden deswegen wenn du das gefühl hast du kommst nicht weiter mache es nicht so dass du einfach immer höher du siehst oder ja einfach immer noch mehr in ein tier rein schüttest sondern hol dir wirklich fachkundige beratung und wie gesagt da sich wirklich an den tierarzt wenden oder auch mal an tiertherapeuten je nachdem aber wie gesagt irgendwo wenn du merkst es ist eine grenze da und es funktioniert nicht mehr möchte ich dich wirklich auch bitten nochmal den tierarzt aufzusuchen ja man kann das auch wunderbar alles kombinieren da musst du dir keine gedanken machen dass dein tier einfach rundum versorgt ist das ist mir wichtig erfahrungswerte da weiß ich dass man es auch bei epileptiform anfällen einsetzen kann und auch gegen übelkeit funktioniert das cbd öl sehr sehr gut deswegen muss ich nur einmal gucken ob ich noch da bin irgendwie hat es gerade bei mir extrem geflackert doch alles gut und ist hier hallo und einen wunderschönen guten morgen deswegen hab keine angst und probiere es aus ja schreibst du hast schlechte erfahrung damit gemacht ja das kann auch sein wie gesagt das ist das was ich sage man muss es ausprobieren jeder mensch jedes tier wir reagieren einfach immer ganz unterschiedlich und das ist nicht immer für allen pauschal antwort für alle probleme ja deswegen immer ganz individuell ich habe damit wie gesagt gute erfahrungen gemacht aber es funktioniert nicht bei jedem also wie gesagt du kannst es unterstützen bei schmerzen einsetzen bei entzündungen bei epileptiformen anfällen und auch bei übelkeit funktioniert es sehr sehr gut so jetzt fragst du dich vielleicht noch wie du es einsetzen sollst da habe ich dir auch noch drei tipps mitgebracht ganz ganz wichtig ist einmal dass du es in kleinen mengen einsetzt ja und damit startest und nicht gleich eine halbe flasche sondern wirklich eins zwei tröpfchen am anfang da muss man auch gucken ob man das einmal täglich braucht oder dreimal täglich jedes individuum individuum ist da reagierter ganz anders starte mal mit einem tröpfchen und dann kann man das langsam hoch dosieren wichtig ist auch dass du es langsam hoch dosiert ja in ganz kleinen schritten denn ja sonst hast du natürlich eine unmenge an cbd in einem hund drin was ja auch nicht zwingend sein soll und es dauert auch manchmal so ein bisschen bis die wirkung eintritt ja also die steigerung von einem tropfen wenn du dir höchst das ist wirklich vollkommen ausreichend immer in kleinen schritten auch immer ein paar tage dazwischen warten weil es eben seine zeit braucht ja es ist kein mittel was von einer sekunde auf die nächste wirkt und das war gesagt wie gesagt schon der dritte tipp warte wirklich immer so ein paar tage dazwischen wenn du es gerade die nahrungsergänzungsmittel die man auch so kaufen kann die sind ja einfach nicht so hoch dosiert und bis die volle wirkung dann sich entfaltet wie gesagt das geht nicht von heute auf morgen ja und als letzter tipp aber auch noch mal für dich hol dir wirklich auch fachkundige info fragt nachfragt bei deinem tierarzt nach wie du es unterstützend einsetzen kannst denn alle mittel haben ist ihre grenzen und deswegen guck einfach wenn du dir unsicher bist wenn du das gefühl hast es schlägt nicht so richtig an was du noch für dein tier tun kannst ja oder du kannst mich auch gerne anschreiben oder kannst ein kostenfreies vorgespräch vereinbaren da guck einfach auf meiner homepage dann können wir da auch noch mal gucken ob das was für deinen hund ist oder nicht ja und die sorgsam damit um das wollte ich noch sagen heute ist es mit der sprache nicht ganz so gut und sei einfach wirklich ja sei offen zwar für neues aber sorgsam offen sein ja das ist mir einfach ganz ganz wichtig denn häufig lese ich dass ich habe dann schon so und so hoch dosiert oder ich höre ich habe da schon am tag halb fast die halbe flasche gegeben und es hat nichts geholfen da guck einfach und schau dass du nachhaltig und sorgsam damit arbeitest damit es dann auch wirklich rund läuft ja dann dann können natürlich auch nebenwirkungen entstehen oder vielleicht muss man es auch dementsprechend anderweitig umstrukturieren vom therapie ablauf schau einfach dass es dein hund gut geht ja und wie gesagt wenn du lust hast melde dich gerne schreib mich an schrei hinterlassen wir auch hier gerne bei facebook ein kommentar und dann werde ich dir auf jeden fall noch mal alle infos dazu geben also ihr lieben habt einen schönen tag eine schöne zeit macht es gut genießt die sonne und wir sehen uns nächste woche um 9 uhr tschüss